Ich stöß dich einfach mit. Warte mal, wir machen die ganze RPC. Ok, aber jetzt siehst du! Ok, vielleicht diese Regen kann anders, das ist gut. Nein, Basti sieht man nicht. Basti kannst du mal mit mir hören. In der Gegenseite Pro! Ja, ok. Ich glaube, wir haben die Hände heute gemacht. Wir haben hier so einen Kanal. Ok, und jetzt, mit zwei Fähigkeiten, mit zwei Fähigkeiten. Genau. Leute! Es kann doch gut gehen. Auf drei! Das ist doch ein Video, oder? Das reißt keiner. Auf drei nehmen alle die Hände hoch. Was auch immer passiert. Eins, zwei, drei! Sehr schön. Ja! Oh Gott, die ist warm! Oh mein Gott, Alter! Ich weiß, was du trinken kannst. Alles gut! Ich schlache das nicht so! Oh! Oh! Oh!